hallo und herzlich willkommen hier aus frankreich wir fahren heute mit dem euro star einem fiktiven repaint für den ic3 baureihe 406 und stehen hier gerade in marseille und wenn jetzt gleich losfahren vorher gehen wir noch mal kurz zum schaltschrank und schalten uns zumindest die sie an wir haben ja nämlich keine anderen sicherungssysteme leider jetzt hier mit drin also sowas wie kvb und tvm und sowas ist leider nicht mit dem zug dabei daher müssen wir halt damit leben was wir haben als erb und pzp lasse ich dann dementsprechend aus das bringt ja dann auch nichts machen wir uns die lounge scheiben an nehmen uns die lüftung dann lassen wir die bei 1 temperatur ist gut ok hier passt alles dann fahrt richtungswender nach vorne leuchtung ans na gut wir haben jetzt natürlich kein passendes zug ziel brüssel ist noch das von dem die wir haben dass ok wir haben nur brüssel und frankfurt nehmen einfach mal brüssel auch wenn wir nicht nach brüssel fahren aber warum nicht türen und regeln habe ich doch ja auf der falschen seite habe ich die türen aufgemacht gut job gut job ok gedimmt das ist in ordnung funktioniert und dann passt das alles soweit so helligkeit noch hoch ja alles andere ach so können uns das können wir das ändern nein schade 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 denn dann hätte ich mal gucken können ob der richtige stromabnehmer gehoben wird allerdings weiß ich nicht welcher von denen der richtige überhaupt ist das steht aber auch hin nirgends wo glaube ich dran so außen ja und anhand der schleifstück und sowas kann ich das persönlich jetzt nicht erkennen welcher stromabnehmer deutsch ist die sehen auch zudem ziemlich gleich aus ok schon zu und auf geht's ich hätte auch die afb an machen können kann ich das nicht moment leistungsschalter zurück auf die hebel nach vorne ach hier ist die afb bei neuen bau soll freigabe so dann fahren wir mal aus marseille heraus in realität ist der jurist da natürlich keine baureihe 403 sondern eine baureihe 407 das ist ja der ic3 velaro d und den haben wir natürlich nicht im spiel aber halt eben den ic3 der was ist denn hier mit der afb los seit wann ist die so komisch flibberig flibberig ist ein begriff der ist absolut professionell das wird so in der im eisenbahner genau so gesagt auch das ist das ist ja dämlich ich lasse einfach mal die leistung runter ja das ist unser zug der juristar das szenario ist von vom guten wonder aus dem transom community forum der download link ist in der video beschreibung mit drin das repaint ist glaube ich ebenfalls von ihm auf jeden fall ist das repaint mit drin in dem in der gleichen datei das sind zwei repaint das eine ist das was wir hier spielen von marseille nach avignon und das andere repaint ist quatsch das andere szenario ist praktisch einmal in die gegenrichtung von avignon nach marseille und zwar beides mit dem euro star so wir dürfen 110 fahren und sind gleich dann hier schon in dem abschnitt im tunnel als ich meine auch wenn das szenario an sich sowohl das szenario als auch das repaint fiktiv sind und wir jetzt auch nicht die passenden sicherungssysteme mit an bord haben ich finde das gar nicht mal so schlimm so was kann man mal machen was macht auch echt spaß so es macht halt immer spaß den icc mal auf höchstgeschwindigkeit zu fahren das können wir sonst eigentlich gar nicht mehr wir haben ja was die deutschen strecken angeht haben wir ja keine strecke wo wir theoretisch die 300 km h fahren dürfen mit dem icc von daher bietet sich das hier ziemlich gut an sowie 540 fahren ich weiß auch gar nicht ob hier irgendwo an der seite noch tafeln stehen die die geschwindigkeit in irgendeiner form ankündigen ich glaube nicht mit dabei ist übrigens die wolken mod ebenfalls aus dem trends im community forum die gibt es mittlerweile auch konvertiert für die für das engine upgrades und damit sieht doch der himmel um einiges schöner aus zumindest bei gutem wetter bei schlechtem wetter gefällt das mir ehrlich gesagt nicht da finde ich es immer ein bisschen zu hell also dann finde ich den himmel einfach zu hell wenn es richtig regnet und schön gewittert aber hier so wenn man bei so schön sonnigem wetter fährt dann ist die motto natürlich ein segen das sieht das ist der absolute wahnsinn an die strecke ist echt da die strecke ist schön die gefällt mir bei aller kritik die sie bekommen hat kann sein dass die scheinwerfer vom icc mal ja gar nichts bringen bezweifelt stark dass das in realität auch so ist also es hat was man man hat schon das gefühl man ist hier ist schon in frankreich unterwegs definitiv so wenn ich mir jetzt die landschaft angucken hier standen ja zu release war ja diese landschaft noch voller bäume ja und dann gab es halt sehr sehr viel kritik seitens community an dtg wo gesagt wurde erläutern in der in der realität stehen ja einfach nicht so viele bäume und wie man sieht haben wir das überarbeitet und das ist auf jeden fall eine coole sache so wie gesagt ich muss mich haben hat orientieren heute dann dürfen wir jetzt die 300 fahren dann habe unser table und auf geht's nur nicht vergessen in neun kilometern ist halt ja ich finde es ohne beleuchtung schöner es geht ordentlich bergab wer bergauf da ist eben hier mit 2,5 prozent da haben wir es natürlich ziemlich schwer hier zu beschleunigen vor allem verlieren wir ja in diesem sinne im oberen geschwindigkeitsbereich immer mehr an leistung in diesem sinne an kraft ist ja logisch ist ja reine physik natürlich je schneller wir werden desto schwieriger wird es zu beschleunigen denn ansonsten könnten wir in der theorie unendlich schnell werden was selbstverständlich nicht möglich ist so sechs kilometer noch wir fahren 200 war schön die sound kulisse so vier kilometern auch ich würde sagen bei zwei kilometern fangen wir an zu bremsen beziehungsweise können jetzt eigentlich schon mal die leistung rausnehmen die schwerkraft sorgt dafür dass wir eh langsamer werden weil es bergauf geht hallo kollege und wir bremsen jetzt gehen wir mal ein bisschen krasser rein in die bremse noch mehr noch mehr Okay. Jawohl. Ah, schön, der IC. Ein wahnsinnig schöner Zug. Oh, wir können mit der Kamera durch den Zug durch. Aber hier komme ich nicht weiter. Schade. Ich dachte schon. Huch. Komposition. Détrant. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man Französisch spricht. Hübsch. Irgendwie stellt mich hier dieser weiße Streifen im Zug. Das sieht so aus, als wenn mir was fehlen würde. Repairer. 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 Was auch immer. System de videoprotension. Okay, also hier gibt es Videoüberwachung. So, dann auf in mein Lieblingswagen. Hallo, ich würde gerne hier einmal, oh nein, das Bordbistros Zoo. Okay, Türen zu. Kann er das auch auf Französisch sagen? Bestimmt. Bestimmt. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, nächste Haltestelle, Avignon, was also heißt Gibim. Bis dahin können wir durchziehen. Viva. Okay, wir dürfen 300 fahren. Und dann versuchen wir das auch mal. Boah, haben so um die 30 FPS. Oh, es geht besser. Aber das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass in den Szenarien, die durch den Szenarien Planner erstellt werden, dass die tendenziell dazu neigen, eine etwas geringere Anzahl an FPS zu haben, als die normalen Timetable Fahrten. Als wir nämlich beim letzten Mal hier schön auf der Strecke unterwegs waren, ganz normal im Timetable. Da hatten wir definitiv um die 40, 45 FPS die ganze Zeit gehabt. Und hier sind es jetzt nur 30, obwohl eigentlich nicht so viel los ist auf der Strecke. Na gut, jetzt haben wir die 40. Naja. Ah, passt. Achterbahn. Wow. 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 Dieses Geschwindigkeitsgefühl. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob man das im Video auch so nachvollziehen kann, aber es fühlt sich halt schon gerade an wie Achterbahn. Definitiv. Wow. Absolut wow. Genau. Also, Hochgeschwindigkeit ist schon sehr faszinierend. Oh, diese Brücke. Wow. Wunderschön. Und wechseln wir hübsch. Also, ich lächle hier gerade wie so ein kleines Kind über dieses Geschwindigkeitsrauschen. Das ist unvergleichbar. Na, jetzt stagnieren wir hier gerade etwas, weil es mit 3,5% aufwärts geht. Wir haben sogar langsamer, trotz voll aufgeschalteter Leistung. Mal gucken, ob wir mal die 300 noch erreichen. So, jetzt passt das von den Steigerungen wieder etwas besser. 0,6% aufwärts. 0,3%. Ah, jetzt geht es wieder ein bisschen runter. Also, wie hier einfach die Landschaft an uns vorbeifliegt. 0,5 feet. 0,5 feet. Oh, wir haben die 300 fast geknackt. 298. Ob wir die 300 knacken werden, weiß ich nicht, wenn die AFB auf 300 eingestellt ist. Aber ich kann ja mal mit der AFB auf 305. Ja, ok, 310. Das ist mir zu viel. Dann bleiben wir bei 300. Wir fahren 300 kmh. Wow. Ich bin mal kurz still. Das muss man einfach genießen. Und wir dürfen jetzt gleich 320. Ich stelle schon mal die AFB hoch. Wow. 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 Vor allem wenn ich still bin, dann hört man richtig diese Soundkulisse vom ICE3, die ja wirklich richtig gut ist. 312 kmh. Und wir haben immer noch 35 FPS. Wow. Wow. Und da vorne geht es in einen Tunnel rein. Krass, wie unglaublich schnell wir wieder langsamer werden bei diesen Steigungen. also hier geht es immer richtig drunter es ist einfach nur schön das sieht doch super schön aus mit diesem mit diesem dunst der dahinten ist boah die oberleitung da muss man auch sagen die sind wirklich gut gemacht also zick zack hier diese etwas längeren masten man sieht es hier da 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 also gut job dtg gut job wirklich ich krieg kein geld von dtg das wird mir nicht bezahlt die ganzen add-ons und krieg nicht zur verfügung gestellt aber ich hier jetzt gerade mit dem ece auf 320 km h fahren zu können da muss ich einfach nur sagen gut job das war nicht so gut job aber das passiert manchmal auch im senario planer dass irgendwie die mittelwagen nicht geladen werden warum auch immer nicht also ist jetzt auch nicht zum ersten mal in dem video mit drin so passiert ich weiß nicht woran das liegt da vorne haben wir jetzt noch eine kleine lücke in der landschaft das ist natürlich nicht ganz so schön aber so gucken dann macht man das fast gar nicht nur noch 31 km hart das geht echt schnell aber ich würde gerne mal als passagier mit fahren bei 320 km h vielleicht mache ich das einfach gleich noch nachdem nachdem ich dieses video beendet habe das szenario noch mal starten allerdings als fahrgast also der ece beschleunigt auch definitiv besser als der tgw aber okay gut ich glaube der ece 3 bauer 406 ist auch noch ein bisschen neuer als der tgw duplex glaube ich zumindest aber ich finde auch irgendwie das hochgeschwindigkeitsgefühl hier im ece flasht nicht mehr als beim tgw ich meine mit dem sind wir auch 320 km h im letzten mal gefahren und trotzdem habe ich nicht das gefühl dass das hochgeschwindigkeitsgefühl so exzessiv war wie jetzt hier das ist nur ein gefühl das lässt sich natürlich nicht beweisen aber wie seht ihr das also dieses hochgeschwindigkeitsgefühl hier im ece das kommt schon bei euch echt gut rüber oder was macht euch denn prinzipiell mehr spaß hochgeschwindigkeit fernverkehr und so oder seid ihr so mehr die person die auf regionalzüge steht auf schnelle regionalzüge mehr so regional bahn oder gehört ihr eher zu den güterzugfahrern und fahrerinnen das würde mich auf jeden fall mal sehr interessieren was was bei euch so im fokus der simulation ist bei mir ist es glaube ich relativ klar man merkt es auch so insgesamt anhand meiner videos dass ich doch definitiv mich dem fernverkehr und den schnelleren geschwindigkeiten zu ordnen würde wobei ich auch nach wie vor die guten alten silberlinge und n wagen in extremster form feiern würde wenn sie noch mal in t3 kommen also auch hier solche loks wie die 110 oder so das wäre natürlich auch wirklich grandios wenn sowas käme also das würde ich dann auch genauso sehr feiern wie hochgeschwindigkeit ich meine ich bin auch nicht mal so von allen ece generationen zum beispiel großer fan der ece 4 ja ist cool aber da hätte ich persönlich andere prioritäten was den fernverkehr angeht klar so die c1 wäre schon sehr sehr cool aber eine baurier 120 das würde ich auch sehr 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 cool vor allen dingen wenn vielleicht da der steuerwagen noch mit dazu käme ich bin mir sicher über die jahre hinweg wird sich der trends im world füllen mit content und von heute aus gesehen in fünf jahren wird es mit sicherheit die baurier 120 mtsw geben da bin ich mir relativ sicher die frage ist natürlich immer wann kommt er und wer stellt ihn her denn ich glaube es gibt mittlerweile einige interessierte third party hersteller also ihr wisst ja bescheid trends in germany ist natürlich einer der third party hersteller die schon content herstellen und so wie ich es mitbekommen habe gibt es wohl auch pläne nur ganz vage gesagt pläne seitens 3d zukunft beziehungsweise matthias große ebenfalls im tsw bereich content herzustellen wobei 3d zug dann das ist ja so wie ich es mitbekommen habe der aktuelle plan 3d zug würde dann die 3d modelle der züge liefern also mal angenommen 3d zug baut dann das modell des beispielsweise die c1 und arbeitet dann aber mit anderen fährt party herstellern zusammen oder vielleicht mit dtg weiß und dieser partner ist dann wiederum dafür verantwortlich dass der zug dann auch funktioniert also dass das dann auch am ende fährt dass er vielleicht die entsprechenden sounds auch hat also wie genau das aussieht weiß ich nicht dass es jetzt auch in diesem sender mehr spekulation als wissen von mir in 2,7 kilometer 170 sollten mal langsam schon mal bremsen genau also ich bin mir sicher da kommt einiges auf uns zu in zukunft aber wann das ganze praktisch dann der fall sein wird das sei jetzt mal dahingestellt man muss aber alle allerdings aber auch sagen dass 3d zug zum beispiel ja auch wir müssen viel krasser bremsen ich bin mir die notbremse los ok die notbremse war vielleicht sogar zu viel wir können ich bin mir das ist wir können Oh, Gott. Gute Frau, sie hat mich erschreckt. Genau, wo war ich? Ja, 3D-Zug und eine mögliche Involvierung im TSV. Was natürlich bei 3D-Zug ziemlich interessant ist, ist die Tatsache, dass die ja praktisch jetzt schon bei ihren Modellen, die sie für den Transimulator herstellen, da auch schon ziemlich gut ausmodellierte Zugmodelle haben. Ja, also beim Transimulator ist es ja eigentlich unnötig, dass die Innenräume ausmodelliert werden, weil man sich ja in diesem Sinne nicht als eine Person durch die Welt bewegen kann, sondern nur eine Kamera ist, wenn man es so möchte. Und 3D-Zug hat aber trotzdem extremst viele ihrer Züge schon vom Innenraum her sehr, sehr akkurat ausmodelliert, wo man natürlich sagen kann, ja, das erspart ihnen vermutlich in irgendeiner Form Zeit. Das würde den Zeit ersparen, weil gewisse Grundlagen von 3D-Modellen existieren, ja, schon. Ja, das hätte ich auch gesagt. Aber okay, das, was ich jetzt gerade alles gesagt habe, das ist, wie gesagt, alles nur Spekulation. Und davon ist in diesem Sinne... Moment, ich habe die Türen gar nicht aufgemacht. Linke Türen gesperrt. Hä? Die Türen waren noch offen. Linke Türen entriegeln. Willst du, dass ich sie rechts öffne? Mach ich mal. Okay. Tatsache. Ja, da würde ich auch so gucken, wie du. Ja. Und die Arme verschränken. Ja. So viel dazu und zu diesem Szenario. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn es das getan hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid auf irgendeiner Fahrt. Bis dahin macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.